Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ich möchte heute mit euch eine Box öffnen, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich war total, ja, perplex aufgeregt, wie auch immer, total glücklich. Und zwar hat mich die Firma Vegan Beauty Basket angeschrieben, ob ich nicht deren Beauty Box austesten möchte. Und ja, hier ist sie und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Psst, am Ende gibt es noch eine Verlosung. Also die Firma Vegan Beauty Basket ist eine Firma aus Berlin und die machen 100% tierversuchsfreie und vegane Naturkosmetik. Finde ich super interessant, ne? Also, ja, ich habe da bislang nicht so ultra viel Wert drauf gelegt und wollte mir das auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Ja, und die bieten halt auch so ein Boxen-Abo an, sag ich mal, dass man die alle zwei Monate bekommt. Da kannst du dann entweder einmalig, also quasi monatlich kündbar dir die Box bestellen, wie du das auch bei den anderen Boxen kannst. Da kostet das dann 24,90 Euro, glaube ich, bei dem 6-Monats-Abo, also wenn du drei Boxen bekommst, kostet das 23,30 Euro pro Box. Und wenn du sagst, hm, ich weiß noch nicht so genau, dann kannst du dir die Box bestellen einmalig als Probebox und dann kostet die 27,90 Euro, glaube ich. Guck mal. Ja, ich habe nämlich hier vor mir so einen Zettel, wo ich das aufgeschrieben habe, weil ich euch auch gerne vorab so ein paar Infos geben wollte. Ja, ich fand das ganz interessant. Ich habe auch mal so ein bisschen mich auf der Homepage umgeguckt. Und die gibt es wohl irgendwie, also die Vegan Beauty Basket seit irgendwie 2015 oder so, weil man konnte sich so die alten Boxen anschauen und das ging halt bis Juli 2015 zurück. Ähm, joa. Also der Warnwert in der Box ist immer ungefähr zwischen 50 und 80, also das schwankt irgendwie auch so. Achso, und pro Box hast du ein Auswahlprodukt. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier in meiner Box ein Auswahlprodukt, das war ein Nagellack und da konnte ich die Farbe aussuchen. Und in der Box befindet sich sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik. Und ich quatsche, ich nehme die Schere, ich mache das Ding mal auf. Die kam heute an, heute ist Freitag, Mittwoch oder so. Hatte die Ina von Vegan Beauty Basket geschrieben, dass sie die losschickt. Also unfassbar schnell, das fand ich richtig cool. Ach, guck mal, das ist sogar eine richtige Box, die da drin ist. Das finde ich ja schön. Das ist so eine schöne schlicht schwarze, mattschwarze Box. Da nehmen wir die mal raus. Keine Werbung drin. So sieht die Box aus. Die ist größer als die normalen Beauty Boxen, die ich so kenne. Dafür aber flacher. So und flexibler von der Verpackung her. Ja, genau. So sieht das Logo übrigens aus. Da sieht man das, Vegan Beauty Basket. Und ja, ich habe sie jetzt ja geöffnet. Es kommt ein frischer Geruch raus. Das riecht schon mal ganz gut. So sieht es aus. Also du hast nicht dieses klassische Seitenpapier, was das Ganze zusammenhält, sondern das scheint so ein Jutesack oder sowas zu sein. Oder ein Kissenbezug. Ich weiß es nicht. Aber das klassische Schleifchen, was ich jetzt mal aufmache mit euch. Das ist übrigens die Januarbox, die ich hier habe. Weil die kommt ja alle zwei Monate. Das heißt, ich habe jetzt die Januarbox und im März kommt dann die nächste Box. Das heißt, wenn ihr jetzt theoretisch bestellen würdet, würdet ihr nicht diese Box bekommen, sondern die Märzbox. So, ja, es ist eine jute Tasche und das finde ich super. Ich habe unheimlich gerne diese jute Taschen. Das ist die nicht, ups. Oh. Be Cruel T3. Das finde ich auch süß, ne? Oh, süß. Mit den Tierchen. Das ist eine Kuh, glaube ich. Das ist ein Hase. Das ist ein Vogel. Eine Maus. Ein Schwein. Süß. Und eine Katze in der Mitte. Oh. Mir fehlt der Hund. Und dann habe ich hier noch so ein mega schönes Kärtchen. Das ist auch so ein, ich glaube, so ein recyceltes Papier, ne? Be Cruel T3. Und dann steht hier auch hinten drauf viel Freude mit der Box und dein Herzchen. Und dann die Ina. Mit der hatte ich ja auch geschrieben. Ach, total süß. Das ist sehr persönlich, ne? Sowas gefällt mir richtig gut. Dann habe ich hier die Produktkarte für Januar. Und da steht dann wirklich drin, was in der Box drin ist. Oh, da stehen ein paar Gutscheincodes mit dabei. Schön. Das gefällt mir. Und die Preise und alles. Und ja. Sehr cool. Nachdem ich jetzt den Judesack entfernt habe und alles, haben wir hier so ein Papier. Das ist so ein Butterbrotpapier, ne? Und die Produkte. So. Dann gucken wir mal, was das alles so ist. Als erstes habe ich hier drin etwas von MyLily. Hier hinten steht drauf Premium Qualität. Nachhaltig fair. 100% Bio-Baumwolle. Ich glaube, ich ahne, was drin ist. Ein Kärtchen. www.mylily.eu Das ist dann ja wahrscheinlich von der Marke. Vielen Dank für dein Vertrauen. Du machst dir Gedanken und triffst die richtigen Entscheidungen. MyLily-Produkte bestehen immer aus 100% natürlichen Materialien ohne Synthetik, Chlor oder Duftstoffe. Du tust mit deiner Wahl sowohl deinem Körper als auch unserer Umwelt etwas Gutes. Hast du Fragen, Feedback oder Wünsche? Wir sind für dich da. Schreibe uns doch eine E-Mail. Ja, äh, okay. So, da hast du hier vier Tampons in unterschiedlichen Größen drin. Ja, äh, welche Frau kann das nicht gebrauchen? Ganz ehrlich, oder? Ja. So, und hier steht auch, erhalte 30% Rabatt auf deine nächste Bestellung deiner Bio-Tampons auf mylily.de. Und da kannst du einfach den, äh, den Code vegan30 eingeben. Schreibe ich euch aber auch wie immer unten in die Infobox. Dann habe ich hier drin von You&Oil. Amber Oil and Mineral Water. Ein Serum for Split Hair Ends. Ach, super. Sowas kann ich ja gut gebrauchen. Ihr habt ja meine Haarpflege, ähm, Reihe bestimmt gesehen. Ähm, sowas kann ich wirklich gut gebrauchen. Also wenn ich hier so mir meine trockenen Haarspitzen jetzt mal angucke, werde ich das doch mal direkt austesten. Ich mag das übrigens, wenn ich das direkt austesten kann. Also wenn ich direkt Produkte hier mit drin habe, die ich austesten kann. So sieht das Produkt aus. Sieht schön aus, oder? Ein schönes Haaröl. So. Ich muss immer erst meine Ringe abmachen. Da habe ich ja übrigens hier von Goodie Doh meinen Ring. Den trage ich jetzt echt schon, seitdem ich euch den gezeigt habe, ne? Also seit kurz vor Weihnachten. Dann habe ich hier von Fossil so einen Daumenring immer. Falls es euch interessiert, ich weiß es nicht. Und das hier ist ja mein Ring. Den hat mir mein Freund zum Einjährigen geschenkt. Also vor zwölf Jahren. Und da sieht man noch die Karuhe drin. 17.11.2015. So. Ähm, ne? Genug Schmuck gezeigt hier. Ich will das Haaröl reinmachen hier da. Ähm, how to use? Wrap a few drops of oil into wet hair ends. Achso, ich habe jetzt leider keine nassen Haarenden. Aber es ist nicht schlimm, denn ich habe hier ja immer ein Wasserspray stehen. Das ist das von Balea. Dann mache ich mir das doch einfach mal. Das ist eigentlich eher so ein Spray, was man für den Körper benutzt oder zum Fixieren oder zum Pinsel an Dingsen, ne? Aber du, ganz ehrlich, mache ich jetzt hier mal eben kurz mit euch auch mal eben ein bisschen fresh. So, jetzt müssen ja auch nur die Haarspitzen so einigermaßen feucht sein. Und das sind die jetzt wohl. Ja, ein bisschen trocken noch, aber das ist nicht schlimm. Das ist quasi einfach jetzt mal ein bisschen angefeuchtet, ne? So, dann stellen wir das Spray mal weg. Ja, so praktisch, was ich hier alles stehen habe, ne? Man wundert sich. Amberöl und Mineralwasser? Oder mineralisches Wasser? Aber das riecht gut. Das riecht schön frisch, aber halt nicht zu extrem. Das riecht sehr, sehr dezent. So, jetzt gebe ich mir ein paar Tropfen davon auf meine Hand. Auf meine Fingerspitzen mache ich das lieber, weil damit verteile ich das dann ja auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich habe jetzt, keine Ahnung, fünf Tropfen oder so hier drauf. Dann verteile ich das erstmal in meinen Fingerspitzen. Und dann hoffe ich, dass die ganze Sache hier jetzt nicht zu ölig wird, aber dann kommt das jetzt in die Haarlängen und Haarspitzen vor allem. Und das soll man ein paar Mal in der Woche machen, damit halt die Haarspitzen dann in dem Sinne mit Feuchtigkeit versorgt werden. Finde ich ganz cool. Also es riecht auf jeden Fall so, als würde es meine Haare pflegen. Das muss ich definitiv sagen, ne? Ich denke, dass das vor Ort wird. Ja, ich denke, dass man das halt erstmal trocknen lassen muss und dann sieht das halt alles auch ein bisschen besser aus. Jetzt sieht es halt einfach sehr strähnig hier aus, ne? Aber gut. Es riecht gut, es fühlt sich gut an. Also, ne, ich schlage jetzt übrigens nur meine Haare auf. Jetzt nicht wundern, weswegen ich jetzt hier oben rumwuschel. Das ist einfach nur, weil die hier unten jetzt so klumpig waren, dass ich die jetzt einfach mal so ein bisschen wieder aufgewubbelt habe. Ach, aber das sieht jetzt eigentlich auch ganz okay aus. Also ich finde, ich kann jetzt so weiterdrehen. Ich muss jetzt nicht zwischenzeitlich meine Haare föhnen, oder? Ihr könnt jetzt eh nichts anderes sagen, weil ich mache jetzt einfach weiter. Ha! So, auf jeden Fall cooles Produkt. Also das finde ich sehr, sehr cool. Sehr interessant vor allem. Und ja, pflegend, ne? Pflegend finde ich immer gut. Gerade für meine Haare brauche ich ordentlich Pflege. Und wenn es ihnen gut tut, warum nicht? Kann ich empfehlen, Leute. Ist cool. So, dann habe ich hier, oh cool, von Iplus M. Das ist, glaube ich, auch eine Marke aus Berlin. Und ich habe von denen so ein Deo, was man sich, also so ein Creme-Deo, ne? Also ein Pöttchen tatsächlich auch schon mal in der Box gehabt. Das ist auch fair, organic, vegan. Freistil-Sensitive. Ähm, eine Feuchtigkeitscreme, parfümfrei. Ja, schön. Die leichte Gesichtscreme mit feuchtigkeitsspendendem Hyaluron und beruhigender Aloe Vera. Regenerierendes Jojoba und Mandelöl pflegen die sensible, trockene Haut. Stärkt hauteigene Schutzfunktionen. Finde ich cool. Ich komme gerade relativ frisch von der Arbeit. Das heißt, meine Haut dürfte definitiv mal Feuchtigkeit bekommen. Ähm, Leute, ich mache mir die jetzt einfach mal drauf. Ich sage, ich habe die Haare mal eben mit einem schicken Haarreifen so ein bisschen nach hinten gemacht. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Ich meine, das hat jetzt, wie lange hat das eine Haltbarkeit? Vier Monate. Okay. Das heißt, sobald ich meine, ich muss kurz überlegen, was habe ich von der Gesichtscreme? Ja, die habe ich auch relativ weit aufgebraucht. Das ist von Estee Lauder eine. Ich denke, dass ich die in ein, zwei Wochen aufgebraucht haben werde. Dann stelle ich mir die nämlich direkt daneben, dass ich die dann auch direkt weiter benutze. Weil wenn ich jetzt die aufmache, ne, vier Monate, Leute, sonst kippt mir die, das wäre zu schade. Weil ich glaube nicht, dass es unbedingt günstig ist. Aber ich möchte das ja mit euch zusammen ausprobieren. So. Äh, achso. Ja, so sieht das aus. Es sieht ein bisschen aus wie... Woran erinnert mich das? An R2D2 von Star Wars. Gutes Geräusch. Gutes Geräusch. Okay, ich habe jetzt ein bisschen hier was auf meiner Hand. Riecht nach nichts. Wirklich nach gar nichts. Ist sehr dickflüssig. Ne? Und jetzt mache ich mir das einfach mal drauf. Es riecht wirklich einfach nur nach Creme. Das hat keinen starken Geruch in dem Sinne. In der Theorie benutze ich ja normalerweise auch noch ein paar andere Cremes. Aber jetzt darf dir mal hier so der alleinige Gast in meinem Gesicht sein. Ähm, ja. Jetzt mit einem Pumpstoß konnte ich mein Gesicht eincremen und das so ein bisschen auch runterziehen. Das hat mir gefallen. Sieht auch ganz gut ein, muss ich sagen, ne. Ich hatte jetzt sonst ein bisschen Bedenken, ob das vielleicht zu ölig wird oder so. Weil es halt eine enorm feuchtige, äh, feuchtige Creme. Eine gute Feuchtigkeit spendende Creme sein soll. So, weil hier auch draufsteht für trockene Haut, ne. Für sensible, trockene Haut, genau. Aber, ähm, ja. Fühlt sich gut an. Also meine Haut hat so einen leichten Film drüber. Aber ganz ehrlich, normalerweise macht, kriegt man sich sein Gesicht ja auch erst nach der Reinigung ein, ne. Ich habe das jetzt einfach mal so für zwischendurch spontan gemacht. Aber es gefällt mir. Doch. Macht die Haut auch schön. Also die Rötung habe ich jetzt nur, weil ich gerade so drin rumgefuddelt habe. Aber ansonsten sieht das Ganze wohl ganz in Ordnung aus. Ja, ich fühle mich fresh. So. Schönes Produkt. Doch, das gefällt mir. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Langzeitwirkung davon ist. Aber ich sage mal so, wenn du wirklich trockene Haut hast, wenn du, ähm, einfach irgendwie was Mildes haben möchtest, was jetzt nicht irgendwie stark parfümiert ist oder sonst irgendwas, ist das auf jeden Fall eine Geschichte, die du dir mal angucken könntest. Und, ja, ganz ehrlich, ne, von den Inhaltsstoffen, wir wollen nicht drüber reden. Natürlich ist deine Ökobilanz dadurch auch noch ein bisschen besser, weil es kommt halt aus Berlin. Es ist nicht um die halbe Welt gereist. Ja, gefällt mir. Sehr schön. So, was haben wir als nächstes? Ähm, Marina Miracle Herbal Face Oil. Also, das kommt aus Norwegen. Und das soll trockene und Mischhaut korrigieren, quasi. Ah ja. Wie lange ist sowas offen? Ach, das hat nur ein Verfallsdatum. Da steht nicht drauf, dass... Ach so, nee, doch nicht. Drei Monate. Ui. Nee, das mache ich jetzt nicht auf. Das tut mir leid. Da habe ich jetzt zur Zeit nämlich ein ziemlich großes, was ich noch am Aufbrauchen bin. Da werde ich wahrscheinlich nicht so schnell auf dieses hier umschwenken können. Aber es sieht wirklich schön aus. Also, dieses Öl soll auf jeden Fall Feuchtigkeit spenden, dann die Haut ebnen, also quasi auch angleichen, wenn du dann vielleicht auch Mischhaut hast, dass du dann ein ebenmäßigeres Hautbild bekommst. Das ist mit Jojoba, mit Avocado und Red Raspberry. Mir fällt gerade die Übersetzung nicht ein. Ich blende es hier mal kurz ein. Ähm, Aloe Vera. Das gibt gute Feuchtigkeit, ohne die Poren zu verstopfen. Und hinterlässt ein, ähm, softes Hautgefühl. Das ist dann auch frisch und, ähm, ausgeglichen. You are a natural beauty with Marina Miracle. Läuft. Ja, ich finde die Verpackung auch relativ schön. Relativ ist gut. Ich finde die mega schön. Ich finde diesen Baum schön. Ich finde dieses grün-weiße total toll. Und, ähm, ja. Also, du hast jetzt selten diese Pop-Verpackung bei dir stehen, sondern eher diesen, ähm, wie heißt das? Die Pipette. So. Aber so ist es auch schon mal sehr, sehr hübsch. Von daher, vom Packaging mag ich sehr gern leiden. Dann habe ich hier etwas drin. Und das ist das Produkt, was ich mir ausgesucht habe. Ähm, von KIA Charlotta. Das ist Vegan Nail Polish. Das ist eine Firma. Das habe ich nämlich auch gelesen. Die kommt aus München. Auch nicht allzu weit weg. Und hier seht ihr die Farbe, die ich ausgesucht habe. Das ist so ein richtig krasses Blau. Richtig geil. Ich meine, wie zum Henker kriegt man denn bitte einen veganen Nagellack hin, der cruelty free ist und alles und auch so hübsch aussieht. Und ach, ist das nicht toll? Ich weiß nicht, wie sieht man die Farbe am besten so? So ein richtig schönes Nachtblau. Und, ähm, ich trage Nagellack ja nur auf meinen Füßen. Auf meinen Händen habe ich ja meine Gelnägel, die ich ja endlich, auch endlich, endlich, endlich habe machen lassen. Ähm, und auf den Füßen ist es geil. Im Sommer, wenn du da zum Beispiel, ähm, diesen Nagellack auf vier Zehen machst und auf einen Zehen machst du dir irgendwie so einen Türkisen oder so. Oh, geil. So was mag ich. Das finde ich einfach hübsch. Und die Farbe gefällt mir richtig gut. Das ist halt auch einfach mal nicht dieses klassische Rot. Davon hat man ja richtig viel. Und ja, gefällt mir. So, und als letztes habe ich hier drin Philosophia Botanica von Beauty Made Easy. Milkshake. Was bist du? Das weiß ich gar nicht. Ich denke ein Lippenpflegestift oder sowas, oder? Das sieht schon mal ganz interessant aus. Ja, Lippenbalsam in Blumensamenpapier. Ach, das ist ein Blumensamenpapier hier außen drum zu. Ja, schön. Und so sieht der Lippenstift aus oder der, wieso verrenke ich meine Hand eigentlich so? So sieht der Lippenpflegestift aus. Ist auch richtig hübsch. Gefällt mir. Ein schönes Produkt. So, in dieser Box hatte man dann tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Produkte aus dem Bereich Beauty und Pflege. Dann die Tampons. Und diesen Stoffbeutel. Richtig, richtig geil. Und ja, ich blende euch hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Das ist ja der absolute Wahnsinn, oder? Richtig, richtig geil. Ich verlinke euch in der Infobox auch mal den Shop, also dass ihr da auch mal vorbeischauen könnt. Und ich finde es super interessant. Und ja, auch mal einfach was anderes. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Fairybox zum Beispiel. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es unheimlich schwer, diese Fairybox zu bekommen, wenn man da auf Wartelisten steht und so weiter. Von daher, eine richtig coole Geschichte. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Das kann ich euch nur mal empfehlen. Die Produkte finde ich toll. Also dieses Haaröl finde ich auch richtig gut. Sieht jetzt natürlich ein bisschen strähnig bei mir aus. Aber ich denke, wenn man jetzt das ein bisschen trocknen lässt und so, ich habe es jetzt gerade mal 10 Minuten drauf, da kann jetzt natürlich nicht allzu viel passieren. Das muss jetzt erstmal trocknen. Bei mir dauert das immer eine Weile. Ja, richtig geil. Und was soll's, ich mache in diesem Video auch nochmal eine Verlosung. Ich haue irgendwie in letzter Zeit ganz schön viel raus, oder? Ich weiß auch nicht. Irgendwie überkommt mich das so zum Jahreswechseln. Ich verlose mal an euch diese drei Produkte. Upsala. Das ist einmal hier dieser mega geile Nagellack in diesem Nachtblau. Ich finde die Farbe richtig geil. Weiß aber nicht, wann ich ihn das nächste Mal benutzen werde. Deswegen geht er lieber mal weiter. Dann verlose ich euch auch dieses richtig coole Gesichtsöl in dieser ultra schönen Verpackung. Und dann verlose ich auch noch diesen Lippenbalsam. Also diese drei Produkte könntest du gewinnen. Was du dafür tun musst, schreibe ich dir mal in die Infobox. Die Verlosungen gehen bei mir immer so ungefähr vier Wochen. Und ja, steht alles in der Infobox. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu meinen ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!